Also heute ist es ja wirklich schon recht warm. Sommer haben wir natürlich schwül und fast 30 Grad oder mehr. Also der Sommer hat es richtig in sich, richtig gut eingeheizt und einheizen tut man im Winter mit Brennholz. Aber Brennholz, die habe ich heute hier musikalisch neben mir und liebe Zuschauer, ihr kennt sie ja natürlich. Sie sind schon mal die ersten Finalisten bei der Sommerhitparade von Stefan Ross und jetzt haben wir sie live neben mir im Zillertal, im Kaffee Zillertal. Hallo, grüß euch Brennholz. Hallo Frank, danke für die Einladung zum Interview. Bitte gerne. Also freut mich, wir haben es ja schon mal ganz kurz aus dem Europapark geschafft. Da haben wir mal einen kurzen kleinen Livestream gemacht und der kam, muss ich sagen, bei den Zuschauern grandios an. Und jetzt natürlich hier live endlich mal alle vier. Stell mal deine Truppe vor, wer gehört alles dazu? Fangen wir mal gerade hier außen an. Ja genau, mein Name ist Matthias. Ich bin auch der Matthias. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Benni. Der Benni, sehr schön. Unser Kameramann heißt übrigens auch Benni, gell? Also von daher alles wieder die Runde perfekt. Ja, Brennholz, ich weiß, der eine, Matthias und Johannes, genau. Ihr seid natürlich die Jungs, die Kids von Michi, von den Gruberthalern. Also da heißt es, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Wie ist es? Ja genau, ich glaube, das Musikspielen ist uns schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und auch schon als kleine Kinder, eben jetzt war, mitgefahren mit den Gruberthalern zu auftreten. Und so war das eigentlich schon immer unser Trauma. Und den Sommer über, jetzt war der, glaube ich, fünfmal oder sechsmal sogar draußen in Rust. Was war es für ein Gefühl? Ja, fünfmal war man draußen in Rust. Und das sechste Mal kommt. Sechste Mal kommt noch, genau. Und es war natürlich gewaltig für uns, das erste Mal bei so einer tollen TV-Show dabei zu sein. Und dann eben ist uns das gezeigt worden bei den Proben mit den Kameras. Und jedes Mal wird man es mehr gewohnt. Genau, bei uns auch. Ja genau, stimmt. Auch mit dem Rennen natürlich. Und jetzt sind wir froh, dass wir im Finale sind. Und bedanken uns natürlich bei allen, die für uns gevotet haben. Und freuen uns jetzt schon auf das Finale. Sehr schön. Also das wird bestimmt eine tolle Sache. Seid ihr da schon wieder aufgeregt? Mit was für einem Gefühl geht man hin? Ja, natürlich sind wir nervös. Aber das darf man, glaube ich, auch sein bei so einer tollen Show, wenn man da im Finale steht. Und dann schauen wir wohl, wer unser Gegner wird. Aber wir hoffen natürlich, dass das passen wird. Aber das sehen wir. Genau. Euer Titel, den dürft ihr jetzt auch mal ganz kurz nochmal verraten. Wie heißt er denn? Ja, bei der Hitparade sind wir mit dem Titel Ein Sommer wie damals dabei. Ja, da geht es halt um, wo wir noch kleiner waren halt ein bisschen, wo wir auf der Alm waren. Und ja, vergangene Kindheit soll ich mich sehen. Aber ihr seid ja noch recht jung. Wie alt seid ihr denn im Durchschnitt? Ja, im Durchschnitt sind wir 16 Jahre alt. Ich bin 18. 18 Jahre, ja. Aber jeder geht jetzt arbeiten für uns. Und ich glaube, da darf man schon ein bisschen singen über den Sommer, wo wir noch Kinder waren und wo wir noch Sommerferien gehabt haben, weil das gibt es für uns alle nicht mehr. Das stimmt, das stimmt. Was war das für eine Besonderheit, als ihr da noch Kids wart? Wie habt ihr den Sommer damals erlebt? Ich meine, gut, bei euch ist es ja noch nicht so lange her, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, bei mir. Da waren die Sommer doch noch ein bisschen anders. Ja, genau. Bei uns eben auch. Wir waren als kleine Kinder mit der Oma meistens auf der Alm. Und da haben wir miteinander ganz viel Zeit verbracht und auch schon ein bisschen musiziert miteinander. Und im Schwimmbad waren wir natürlich auch gerne und mit Freunden einfach etwas unternommen. Ja, musikalisch. Wie seid ihr aufgestellt? Welche Instrumente gehören dazu? Gut, wir haben vorne zwar die Postkarte, die Autogrammkarte schon mal liegen, Gitarre und steirische Harmonika, sieht man. Kommen da noch mehr Instrumente dazu? Wer spielt was? Genau, ich spiele die steirische Harmonika, seit dem sechsten Lebensjahr. Und die Geige spiele ich jetzt seit fünf Monaten. Und bei den modernen Stücken spiele ich die Gitarre und nebenbei Harfen spiele ich auch noch. Okay. Ich spiele eben das Päriton, die Bassgitarre und die steirische Harmonika. Okay. Ich spiele Gitarre, singe die zweite Stimme und spiele den E-Bass. Ja, ich spiele die steirische Harmonika in E-Bass und bei den modernen ist das Keyboard. Okay. Jetzt habe ich auch schon die Mitteilung bekommen, ich glaube Ende September irgendwann ist es soweit. Da kommt eure brandneue oder beziehungsweise überhaupt eure erste Longplay-CD auf den Markt. Was kann man da erwarten? Was sind da für Stücke drauf? Ja genau, unsere erste Produktion eben. Am 27. September wird sie erscheinen und so heißt sie auch, die erste. Und da freuen wir uns schon drauf. Und da sind natürlich paarische dabei, Walzer, Bolkas, auch ein Landler und zwei moderne Stücke von uns. Und da sind wir schon ganz gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Legt ihr da auch schon selber sozusagen die Hand an und schreibt eure Titel selbst oder lasst ihr euch da eher noch bislang irgendwelche Titel zuschicken oder von den Gruberthalern oder ich weiß ja nicht, wer vielleicht da mitwirkt? Nein, wir haben da schon noch Komponisten dafür, aber wenn uns einmal eine Textstelle nicht so gut gefällt oder so, dann schreiben wir sie selber um und probieren schon ein bisschen mitzuschreiben. Genau, dass es entsprechend dem Jugendstil sozusagen nahekommt. Genau. Auf was muss man da achten, wenn man dann wirklich auch die jungen Fans erreichen will? Weiß ich nicht, wie schaut eure Fangemeinde aus bislang? Ich glaube, da ist von jung bis alt, glaube ich, ich habe schon alles dabei, weil es ist ja Barisch und Bolkas und das mitreißende Lieder eigentlich auch für Zeltfeste. und moderne und ich glaube, das ist für jeden etwas dabei. Und da seid ihr natürlich auch viel anzutreffen momentan. Wo geht es bislang dahin mit den Auftritten? Wo seid ihr überall? Ja, die Auftritte kann man nachlesen eben bei uns auf Instagram und auf Facebook und auf unserer Homepage eben und jetzt im Tiroler Land eben viel unterwegs auch und dann wieder aufs Finale freuen wir uns natürlich schon beim Fernsehen, immer wieder sonntags. Social Media, du sagst es, das ist natürlich bei den jungen Leuten ganz extrem wichtig. Eins hast du jetzt noch vergessen, TikTok, ist das auch schon ein Thema bei euch? TikTok haben wir noch nicht, aber Instagram und Facebook reicht, glaube ich, auch. Da gibt es schon ganz viel zu tun dann, genau. Wie oft postet ihr was, wie oft kommen da irgendwelche Beiträge? Ja, schon jedes Mal eigentlich, wenn wir irgendwo dabei sind oder mal sowas unternehmen, wird meistens schon jeden Tag eigentlich fast. Jeden Tag fast, ja. Eigentlich muss man das wirklich schon jeden Tag betreiben, das ist in der Tat richtig, gell, normalerweise. Ja, also, wie gesagt, Brennholz, wie kam denn der Name zustande? Was war da die zündende, im wahrsten Sinne des Wortes, zündende Idee? Ja, der Name ist uns eigentlich von unserem Management, von Huppo, vorgeschlagen worden. Und dann haben wir uns gedacht, der Name passt ganz gut und geht eigentlich ganz gut ins Auer. Und dann haben wir ihn genommen und jetzt kommt eigentlich ganz gut um bei den Leuten und sind wir stolz schon auch von seinem Namen. Sehr gut. Ja, mein Glas ist im ersten Moment geschwind ein bisschen außergewöhnlich, aber ich denke mal, wenn das richtige Feuer brennt sozusagen, dann darf es auch nicht mehr ausgehen, oder? Na, hoffen wir es einmal, dass es brennt. Hoffen wir es, dass es lang brennt. Genau. Also, in diesem Sinne würde ich schon wieder sagen, wünschen wir euch alles, alles Gute. Vor allen Dingen ganz, ganz viel Erfolg jetzt für den, wann sind wir? 8. September, oder? Genau, September. Dass da viele für euch anrufen und entsprechend natürlich euch zum Sommerhit-König küren. Wie geht es dann weiter? Was sind dann noch einige große Highlights? Oder ist das erstmal für dieses Jahr dann Schluss nach dem Immerwieder-Sonntags? Gut, klar, die CD-Taufe natürlich noch. Dieses Jahr weiß ich jetzt eben noch nicht genau, aber nächstes Jahr sind wir mit der Baipa der Schlagerspaß-Kreuzfahrt, mit Andi Borg, mit die Nockis, mit den Grobatallen. Und da freuen wir uns natürlich auch schon voll drauf. Der Knospenball am Werberg ist auch noch ein tolles Ereignis mit den Grobatallen und Sascha Aufsinnig am 5. Oktober am Werberg. Und da freuen wir uns natürlich auch schon. Wunderbar. Also, in diesem Sinne, herzlichen Dank und dem Brennholz alles Gute. Und den Zuschauern natürlich auch danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht es gut. Danke. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung und einen schönen Gruß an alle Zuseher. Danke. Super. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.